Konnichiwa, Bitches! Herzlich Willkommen zur zweiten Episode, fast schon. Also ich mach gleich, ne? Von Bioshock Infinite Barrel at Sea. Ich hab echt Angst, Leute. Ich bin ja etwas spät dran und habe schon von Leuten gehört, die es gespielt haben, dass es gar nicht so angenehm sein soll. Und ich hab was in meinem Aufnahmeprogramm verkackt. Einen kleinen Moment, ich tabbe kurz raus. So. So sollte das funktionieren. Ja, verwirrt halt. Ja, wir haben erst die Bestattung Episode 2. Was bisher geschah, können wir uns eigentlich mal angucken, oder? Achso, bei Bioshock jetzt generell. Previously on Bioshock! Wir haben eine kleine Schwester, jetzt. Willen kommt von einem süß, der kleine Mädchen in einem Monster? Es ist Ryan! Verdammt! Andrew, Ryan! Wenn Sie zur Pfennung. Kannst du das? 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 There ain't no Atlas, kid. The name's Frank Fontaine. I had you built. I sent you topside. I called you back, showed you what you was, what you was capable of. Even that life you thought you had, that was something I dreamed of. You saved them. You gave them the one thing that was stolen from them. A chance. Would you kindly? Yeah, good. I hope you have played all of the Bioshock or watched as Let's Play by someone. I didn't play it, I just watched it. I think it was more times. I don't know. I got a big spoiler, but I don't know. It's not a shame if you look at it anyway. Also, things like that. You know what I mean. I'm not a big fan of this today. So, is it still easier than it is? What is that? 99, 98? In this mode you have to do a game without killing anyone. Nope, I play it on light. I don't know how Ego-Shooter-Action is. I think that is, because you play things, it's actually different. I think that is what I'm looking for. But if we're thinking about these things, it's in this mode. Da habe ich jetzt gar nicht nachgefragt, aber, naja, Bioshock war ja leicht auf leicht, immer extrem leicht. Elisabeth, ich bin sehr entschuldigt. Jetzt bist du nicht. Aber du bist jetzt. Was? Ich habe jetzt schon keine Lust. Oh mein Gott. Mademoiselle? Ja? Welches ist dein Name? Elisabeth. Für dich Elisabeth. Oh nein, nein, ich konnte nicht. Ich kann nicht akzeptieren. Bitte, bitte, ich insiste. Oh, danke. Oh. Wow. Kann ich schon... Oh, oh ja, Moment. Ich habe es überhaupt noch nicht angeworfen. Äh, ich habe die falsche Taste von meiner Maus. Moment. Ich muss die Mausempfindlichkeit noch mal ein bisschen... Alter, das ist... Ich könnte mir das den ganzen Tag einfach so reinziehen. Das ist so wunderschön, ey. ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, hi. Ja, krass. Kann ich das ausmachen? Nein, will ich auch gar nicht. Bonjour, Mademoiselle. Bonjour? Ich kann gar kein Französisch. Ich hoffe... Also, schon, aber mit der Spracheweis aber das ja ... ... ... ... ... ... ... Warum ist das so wunderschön? Da wirst du doch bekloppt. Wo genau soll ich eigentlich lang gehen? Hi. Wow. Hallo. Oh, guck mal. Wie sieht er denn so? Also für einen kleinen Jungen sieht er echt riesig aus. Volles hässliche Kind. Aber dafür ist der Rest hier jetzt voll schön. Hallo. Hallo. Die kennen mich hier alle. Was ist denn da los? Ja, da fehlt aber noch ein bisschen das Detail, ne? Und da sowieso. Der hat mit den Details angefangen und macht danach erst das Grobe, so wie Bob Ross. Ich mag so gerne Kunst. Guck mal, da ist noch einer. Ja, bonjour. Hallo. Was machst du denn da Schönes? Du guckst dafür aber voll in die falsche Richtung. Ach so, ja, gut. Hier müsstest du stehen, dann passt das. Ungefähr. Naja. Was will jetzt? Ich muss jetzt echt die Untertitel lesen. Aber solche hatten wir auch noch nicht, die so aussahen, ne? Die haben schon noch ein paar hinzugefügt. Fromage, fromage. Das ist das Einzige, was ich kann. Ja, ich würde gerne mit dir auf Französisch schnacken, aber das kann ich nicht. Ganz schlecht. Guten Tag. Hallo. 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 Oh mein Gott, das ist so, es ist einfach so kitschig. Das kann so lange anhalten. Ich kann ja mal gucken, was das, ihr könnt mir ja mal übersetzen, was das alles hier für Läden sind. Das ist ein Hotel. Das und Restaurant ist auch drin. Das weiß ich. Ich bin sorry, Cosette. Next time, I promise. Oh, dommage. Oh, der stört das Bild. Oh, da machen wir schon wieder. Guten Tag, Mademoiselle. Hallo. Oh, guck mal Schwetterlinge. Alter, das ist echt zu Disney-Movie-mäßig gerade. Hallo. Hast du ein hübsches Kind? Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Aber ist ja auch noch jünger. Hallo. Hallo. Hi. Na? Ich will ein paar Mal, wenn du mir hier bist. Oh, ich will ein Baguette, Mademoiselle. Baguette, Baguette. Ja, gerne. Das Fahrrad gesehen. Hallo. Ich hatte voll megamäßigen Schiss, auf so ein Fahrrad durch die Gegend zu fahren, halt. Ich hoffe, es ist gerade nicht zu laut. Es ist gerade nicht zu laut. Christian, am Ruh. Alles, was du möchtest, Mademoiselle. Bonjour, Elisabeth. Hallo. Was warst du denn da? Bis die schwindelig wird. Ups. Bitte, Katzen. Hallo, Mademoiselle. Le Pan ist frisch, der Ciel ist glatt und Sie hat uns geholfen. Das ist der Hammer. Roquefort, Camembert, Brie de Moe. Oh, Fromage, Fromage. Wo komme ich denn jetzt? Wo soll ich denn überhaupt hin? Ach, guck mal hier. Wo soll ich denn? Oh, das ist das nicht! Wenn du willst, meine Frau. Ah, wo? Okay, jetzt ist das nicht! Weil Vögel frei sein sollten. Die Armen. Oha. Sorry. Und schon ist es vorbei mit der guten Laune. Wo war ja. Der Puppenkopf. Ach du. Noch kleines. Oh die hat aber ein Tempo drauf. Ah. Oh Lobotomie. Nee. 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 Oh Gott. Ah. Das ist, falls ihr nicht wisst was eine Robotomie ist. Aber da mit einem durch die Nase. Mit so einem, ne. Das sieht man da ja. Mit so einem großen Ding. Da werden einem die Verbindungen zwischen den Gehirnhälften gekappt. Das heißt danach ist man... ... 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 Ja? Ja, das ist so. Um... Go away. It wasn't my fault. I didn't do anything! No. No. No! It wasn't my fault. Leave me alone! Can't you just leave me alone? I'm sorry! I'm sorry! I never should have left. I never should have left you there. Ich will nicht mehr. What? Buka? 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 It's too late. What's the holdup? Just having a bit of a laugh, Atlas. This ain't a sporting event. Put a bullet in her. No need to torture the poor girl. We're not animals, you know. All right, all right. Let her go! Quiet now, dear. Oh my god, Buka's... Tod. Elizabeth. Tell him you can get him back. Bucker? Bucker. What? I don't understand. How? Say, I can get you back to Rapture. What? Just say it. I can get you back to Rapture. Put the gun down. Now. What was that you said about Rapture? I can get you back to Rapture. And how you plan on doing that, sister? You some kind of magician? Suchong. What? Tell him Suchong. Suchong. And how do you know that slant-eyed wonder? You're his lab assistant. I'm his lab assistant. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us 5,000 fathoms below his shining city. How does Suchong propose to get us back? That's between me. That's between me. And the slant. And the slant. But if I do this, the girl goes with me. Little sisters are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. But if you're lying, we can just as well kill you tomorrow. Down here, we got nothing but time. In case I need to get hold of you. If you see Suchong, tell him, Atlas says he hasn't forgotten him. Hey. Wer war denn jetzt noch mal Atlas? Ich hätte mir vorher echt noch mal den ersten Teil reinzunehmen sollen. Elisabeth, come on, it's time to get moving. Booker. What? What? Over here, on the radio. You're not Booker. Well, of course I ain't. What have I gotten myself into? I didn't know Orphan that girl. I didn't kidnap her. But she made for some exceptional bait, didn't she? This is a cut for me, though. Had to be done. Did it? I felt everything that every version of me felt. All of that knowledge. I lost to Pinky. But that version of me, she lost everything. And Comstock. That final Comstock. He thought he could avoid his guilt by coming here. You educated him proper. But then why am I back here? Huh? I don't remember opening a tear to come back. And who are you? Huh? I think you'll figure that out soon enough. Ich, dass du überhaupt wissen... Ja, wo komme ich denn hier raus? Da oben drüber? Was ist das denn? Oh, okay. Das ist cool. Oh, okay. Das ist cool. Was ist denn mit Lizzie passiert? Was ist denn mit ihrem Kopf kaputt? Ist das schlimm? Booker ist tot und sie hört ihn trotzdem noch. Die Stimme weiß, dass sie nicht Booker ist. Und Lizzie weiß auch, dass die Stimme nicht Booker ist. Wow. So. Wow. Oh, guck mal. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab so Angst. Dass die gleich am Anfang so ein Mega-Jumpscare einbauen, Mann. Und ich stehe auch noch minutenlang da wie so ein Trottel. Ey. Römer weg hier. Oh, what are you? Huh? And how did you know exactly what to tell Atlas? Let me ask you a question. You feel like yourself a little bit. I feel... I feel strange and smaller. I can't see the doors. What's behind the doors? I can't see the future. I can't even see any tears. Oh my God. Stay away from me. Booker. No. No. No, please. Please don't. I died here. I was killed by that... Stay away from me! But then, how am I here? How can I be dead in this world and yet... My finger. What am I? Huh? I don't understand. I... I... If we're going to end up at the same place, it doesn't matter how much to the ride. Are you being cute? I've come round to your way of thinking. Have you? Yes. I do believe one can change things. But after all the bother, one often wishes that one had not. You're a fatalist. A physicist. A fatalist. So was Newton. Especially when it came to apples falling from trees. They always contrived to land with a splat. She left the child to rot. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far from the tree. And now she wants to go back. I need to go back. To fix what I broke. Back to where she has no right to be. Back to where she doesn't belong. Doesn't belong? Wait, what do you mean? Do you want to tell her brother, or shall I? Because I died. There are rules. Even for one such as you. She'll forget. All the doors. And what's behind all the doors? All close to her now. She'll be just like the rest of us. Forgetting the past. The present. The future. I'd wage her, she won't even remember this conversation. We've arrived. Oh, ihr macht mich fertig, ihr zwei, ne? Ich hab noch so viele Fragen. You're trading omniscience and croissants for death and mildew. I left Sally to rot. For what? So I could punish Calmstock? He was trying to help her. To save her. And I... If I don't make that right... We all have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. Das geht schon wieder so los. Warum geht das schon wieder so los? Warum spiele ich immer Spiele, die mich so kaputt machen im Kopf? Oh man, ey. Dreckischer Turm, ey. Komm rein. Will... Blutess has warned me that if I came back here, I would collapse. Collapse? From a quantum superpositioned to just me. A quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. With a normal pinky. Aiden... If I can't open tears, I... I'm never leaving here, am I? I... 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 I'm never going back to Paris. You're... And you, you're just... You're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Find Sue Chong. Alter... Ich... Wir füllen die Worte, Leute. Es tut mir leid. Ich... 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 Ist der falsche Tag oder das falsche Spiel oder wahrscheinlich ist es beides? Ist es bei der oder wo was... Okay. Ja, ist jetzt auch nicht gut, oder? Können wir mal ankommen? Wir werden nie ankommen, oder? Oh doch, wir kommen irgendwo an. Ja, okay, Steuerung geht auch. Alles klar. Und du lead me, wuut? Ich denke, ich muss diese... Airgrabber... Halt? Ich glaube, es wird zu sehr, ich weiß, ich weiß nicht, ob... Und der Hinbrache ist zu sein, oder? Ihr hört sich einfach. Und ein, dass es die hellbar nicht sein soll, wird auch sein. Das ist nicht was du würdest. Ich bin nicht Booker. Ich bin nicht okay, weil dein Vater hat einen Weg getan hat, nicht weil du einen Weg gemacht hast. Ich bin ein woanders. Ich bin ein woanders. Ich bin ein woanders. Ich bin ein woanders. Ich bin ein Wo soldiers. Oh Gott, ich fühle mich hier so unwohl. Teppiche dampfen deine... Oh Gott, das wird so viel Geschleiche geben. Es ist nur in deinem Kopf. Er wird nicht bald wieder hoch. Und was mit seiner Kopf, alles zu seinem Körper? Von hier an wird es nur noch schlimmer geworden. Und wie viel schlimmer ist es für dich? Ich will nicht schleichen. Ich hasse schleichen. Ich will alles niedermetzeln, wie Bukka. Ich habe aber nicht mehr Waffe, Alter. Ich fühle mich gar nicht wohl. Get them young enough. You can mold them for life. Henry! Fetch that black label, Larkis. The 12 year old single mold. Let's discuss this like men. Lockpick. Kann ich jetzt wieder richtig laufen hier? Ich möchte nochmal schnell umschauen. Corner of Shame. Was? Ich darf meine Spielzeuge nicht teilen? Warum denn nicht? Parasiten sind niemals willkommen. Ryan the Lion. Toll. Was zum Henker? Die heutige Kunststunde. Male einen Parasiten, den du heute getroffen hast. Mrs. Turner. Daddies Freundin. Und Mami. Was sind denn Parasiten? Also es ist klar, dass damit Menschen gemeint sind. Aber warum sind das Parasiten? Ja gut, hier oben haben wir nichts mehr. Okay. Ich bin eine Waffe. Oh, Schokoladenschacht. Oh, ja. Die Gesundheit ist auch irgendwie unten. Warum auch immer. Auf Hälfte. Oh Mann. Aber was gibt's denn hier? Ich mein, klar, ich kann jetzt da durch. Aber wo muss ich hin? Da durch. Gut, dann geh ich da nicht hin. Hier ist alles cool? Keiner da? Erst mal ein bisschen absuchen. Ich will das nicht. War ich hier nicht? Ach so, da hätte ich auch suchen angekommen. Na gut. Ball! Hey. Na gut, ich hab auch keine Füße. Kann ja auch keine Bälle treten. Was haben wir hier? Es ist egal, wie du spielst. Es zählt nur, wie du gewinnst. Toll. Ryan the Lion ist irgendwie voll das Arschloch. Kann das sein? Ah. Jo. Ich könnte jetzt natürlich dieses Schloss knacken und weitergehen. Aber ich könnte es auch erst in der nächsten Folge machen. Die Ups gibt's da. Sobald sie dann erscheint. Erschienen ist. Oh Gott, diese Geräusche. Ich hab so keine Lust auf dieses Spiel. Ich hab mich extra davor gedrückt. Ich wollte es eigentlich gar nicht machen. Ich wollte es mir eigentlich angucken bei irgendwem. Weil ich echt keine Lust hatte. Weil mir Leute voll die Angst gemacht haben. Und jetzt muss ich es doch tun. Ich will wieder Booker sein. Ich will wieder diese schöne Welt. Oh Gott. Wenn ihr das jetzt vergleicht mal. Wenn ihr das jetzt echt mal vergleicht. So die... Ne? Den Stand den man jetzt hat. Mit dem Stand den man irgendwie so irgendwann während des Spiels von... Oder auch kurz nach dem Spielen vom Hauptspiel hatte. Das ist total abartig man. Das ist jetzt total der... Ich weiß nicht was da noch kommen soll. Ich weiß nicht ob das jetzt noch schlimmer wird. Es wird auf jeden Fall noch schlimmer. Aber ich kann mir nicht vorstellen wie. Wie? Ich hoffe es hat euch soweit gefallen. Es ist ja noch nicht so viel passiert jetzt in Action. Das kommt jetzt dann wahrscheinlich. Und ich werde wahrscheinlich total versagen. Ich glaube ich lad das nicht hoch. Naja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Wir sehen. Heilige Scheiße. Und vergesst das Feedback nicht. Tschüss.